Sie wissen nicht, wovon der Kollege auf der Baustelle spricht, geschweige denn, was er den ganzen Tag so macht? Sie sind kaufmännisch oder quereinsteigend in einem SAK-Betrieb oder in der TGA-Berunschung tätig? In diesem Seminar erklären wir Ihnen die Basics und das Grundlagenwissen der Heizung, Klima und Elektrotechnik. Angefangen bei den physikalischen Grundlagen bringen wir Ihnen den Berufsalltag Ihrer Fachkräfte und Monteure näher und sagen, worauf es ankommt. Mit diesem Seminar möchten wir die Kommunikationsbarrieren abbauen und die Grundkenntnisse zur Vertiefung aufbauen. Sie lernen Zusammenhänge zu verstehen und können Fachbegriffe deutlich besser einordnen. Bringen Sie Ihre Fragen gerne mit ins Seminar.